Klassische Raternmöbel gehören seit Jahren zu den beliebtesten Einrichtungsgegenständen für Garten und Terrasse. Aber kennen Sie das Problem, dass ständig die Polster und Kissen geschleppt werden müssen, bevor man es sich gemütlich machen kann in seiner Lounge? Und am Abend oder wenn es kurz zu regnen beginnt, muss alles wieder versorgt werden. Mit der neuen bequemen Sunbrella Fabric Outdoor Lounge gehört diese mühsame Arbeit der Vergangenheit an. Dank dem modernen Sunbrella-Stoffbezug, welcher normalerweise für Sonnenschirme und im Marinebereich eingesetzt wird und einer intelligenten, wasserdurchlässigen und dadurch schnell trockenden Käfigbauweise, können die Gartenmöbel das ganze Jahr über genutzt werden und trotzen allen Wetterbedingungen. Die stabile und pulverbeschichtete Käfigbauweise aus Aluminium ist absolut rostfrei und wetterfest. Der witterungsbeständige Sunbrella-Stoff widersteht Wind, Regen, Kälte und jeglicher UV-Einstrahlung. Der Allwetter Sunbrella-Stoff ist sehr pflegeleicht und kinderleicht zu reinigen. Und zudem wird der neu entwickelte Quick-Dry-Foam-Schaumstoff für die bequemen Polster verwendet. Anders als herkömmliche Schaumstoffe wirkt dieser nicht wie ein Schwamm, sondern lässt ein dringendes Wasser schlichtweg durch sich hindurchsickern. Nach einem Regenschauer braucht es nur eine kurze Trocknungszeit und alle Polster sind wieder vollkommen trocken und die Lounge ist ohne zusätzlichen Aufwand sofort wieder einsatzbereit. Möchten Sie Ihre Freizeit in vollen Zügen genießen mit einer tollen Allwetter-Outdoor-Lounge, die keine Arbeit macht? Besuchen Sie uns jetzt auf www.wiblounge.ch www.wiblounge.ch www.wiblounge.ch